Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So ist es So, voila Ach, wer... Er studiere ich den zweiten Tag hier Der muss schon eine Million Bilder haben Das ist doch mein Freund Der darf das Der darf das Det ist doch Ihr könnt also Das ist doch Ihr könnt ja Entschuldigung, ja, kurz am Ende, ständig, von mir ist es ähnlich. Sag mal Stefan, wann beginnst du hier morgens mit der Arbeit? Um drei Uhr fangt ihr an. Um drei Uhr fangt ihr an? Und wie lange läuft es? Bis neun. Und wann ist eigentlich so die Hauptzeit, dass die Hauptkunden kommen? Ja, das fängt momentan schon um vier an. Und dann geht das bis um? Sieben. Bis um sieben. Dann wird es weniger. Ich finde das ja im Januar 11. oder wie? Ein Waldemann. Immer gern genommen. Hat er die schönen Ohren. Ja, der ist prima. Der ist viel, so gut. Sagen Sie, kaufen Sie gerne bei Grimm ein. Ja, das ist mal wieder lustig, ja. Und auch viele Sachen. Ach, das war ein Video. Der Fritz ist ja nett, nicht so. Achso, das wissen Sie schon. So, der kommt bei meinen Jungs in die Dekoration. Der beißt. Aber nur Möhren, ne? Da war ja. Der bei ist ja immer ein Sek. Kupfer Kaufen Sie häufig bei Grimm ein? Ja, so in der Tannengrünzeit, ja. Schon lange? Ja, 30 Jahre.